Ichiwa euch Nerdies, Otakus und Kratzebubbles da draußen. Ihr wisst, vor ein paar Wochen hat mir eine gute Freundin ein Karton zugeschickt und darin befindet sich eine Challenge. Mein erster Versuch mit Copic Marker auf Blatt Papier ist, werde ich eher auf da drauf zeichnen statt hier, denn irgendwie sind die mir viel zu kostbar um die jetzt einzusetzen. Von daher werde ich jetzt erst mal da drauf fliegen. Jetzt machen wir hier auf das Ladekopf nicht. Ich habe jetzt noch einen Brems. Ich habe hier alle Worte und auch da drauf gezwungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Leute, es war nicht einfach, aber durch diese ganzen Materialien, die ich für die Challenge nutzen sollte, habe ich tatsächlich ein ziemlich cooles, cartoonartiges Bild hinbekommen. Was meint ihr? Haben diese Outlines diesen gewissen Charakter noch gegeben? Schreibt es in den Kommentaren rein. Ein Like, das würde mich natürlich auch sehr freuen. Oder ein Abo. Und ja, es ist ein cartooniger Drache.